was anstrengend jetzt muss man gucken wie ich gleich ganz portal leere machen ja mache weil ich würde es auch anzünden können ich habe kein plan geschafft da wir den ersten das ist der hier perfekt unser nächstes zerstören ich meine ich könnte es an sich weitermachen bis nach oben wäre aber lästig bin ich ehrlich wäre wahrscheinlich sehr lästig dann müsste ich dann mehr naja ich glaube ich muss gar nicht mal so weit oben machen ich müsste es nur bis nach bestimmten größeren machen höher machen komm schon du schaffst das glaubt man nicht los noch ein bisschen jetzt mache ich das hier sofort gleich mache ich jetzt hier das beste ist weil hier schon noch habe wesentlich wie jetzt das machen und ich muss jetzt so aus hier das zu bauen das war mein fehler das zu bauen und jetzt pass mal auf hier pass mal auf leute so so das ist zu oder mehr bisschen mehr oh gott ich habe nicht mehr wie schnell das schon ging das ist eh unwichtig weil jetzt kann ich das hier wirklich auch hier abbauen das brauche ich auch nicht mehr wunderschöne äh Kanung wunderschöne Geschöpf aus Wasser dieser Wasser Brunnen gefühlt gehe ich hier runter da ist schon zu da ist schon zugemacht hier wird zugemacht ja gehe ich hier rein oh Gott ich muss wieder reinkommen erst mal kurz oh Gott ich muss jetzt wieder reinkommen ich muss doch kurz wieder reinkommen wir ganz kurz rein ganz kurz danke ok das haben wir jetzt zu machen so jetzt mache ich das hier das zu das zu und kann jetzt ja oh warte nein wunderschöne ich bin wieder raus ich bin wieder raus ich bin wieder raus ich bin wieder raus ok ich bin wieder raus ganz ruhig ich bin wieder raus hallo ich bin wieder raus ich bin wieder ich bin wieder raus Dankeschön oh ok ok geschafft Portal ist jetzt offiziell gerade da durch uh was für eine restaurierung ey aber hat funktioniert muss ich sagen hat gut funktioniert das ist jetzt sicher ist wieder aufgebaut so gesehen hier kurz ganz los hier kum ist wie der ganze erde ausser rum einfach ist es komisch aus gut das ist zum luften dem kann ich auch hier reingehen ich kann auch hier zum abarbeiten Dann können wir uns einfach Loop machen. So. Und. So. Fast fertig. Excuse me. Excuse me. Excuse me. Was ist denn gerade? Beim Arbeiten hier. Huh. Das war gerade äußerst verwirrend. Ich habe keinem, was passiert ist, wenn ich zu sein. Bin jetzt ehrlich. Ich habe keinem, was gerade los war. War äußerst weird. Und ich habe ihn mir nicht gefallen. Ehrlich. Oh Gott. Ich muss hoch. Hoch, hoch, hoch. Okay. Brauche ich die ganze Zeit. Das ist das. Du das? Nee, das bist du nicht. Oh, mein Boot. Okay. Ja. Alles gut bei dir, Pumpel. Alles gut? Alles gut? Alles gut? Oh, wartet. Und der fest? Oh, er hängt fest. Oh, mein Baby. Ist das doof? Nein. Okay. Nein, das Boot sinkt dann. Doof. Nein, das Boot sinkt dann erstmal. Gut zu wissen. Das muss ich das ganze Boot sinken lassen. Auch nicht schlecht. Bessinkt das dann? Ja, tut es. Ja, es sinkt. Hi, Kumpel. Woo! Wir haben das Portal restauriert, Leute. Geil. Oh, da steht es. Da ist es in seinen ganzen Glorien. Da haben wir die ganzen Dinger am Wasser sogar. Die sagen, die hier sagen, hey, guck mal hier. Da ist ein Portal. Guck mal runter. Da haben wir es. Ist doch geil. Voll cool eigentlich. Das Problem, das ich ein bisschen habe, ist, dass die Dinger da nerven. Aber das ist normal. Das sind das keine anderen. Halt diese... Ich kann die wieder entfernen. Nur... Was dann? Mein Goldblock. Mein Bucket. Mein ganz viel... Mein anderer Wasserbucket, den ich noch habe. Aus dem Grunde rum. Soll ich so viel Wasserbuckets... Mach ich damit überhaupt? Oh, warte. Nutze ich das überhaupt? Wann nutze ich das? Gleich einfach runter zu gehen. Um die Wasserbuckets auszulernen einfach nur. Gehst hin. Machst das einmal. Gehst hin. Machst einmal... Das. Gehst wieder raus. Wo bin ich hier eigentlich? Huch, was ist das denn? Das ist für ein Riesenturm. Aus Kanu, was auch immer. Hup. Und. Hup. Was hat sich hier nochmal gelegt? Die lasst ja stehen, die mag ich. Ach, mein Wasser... Mein Goldblock muss ich wegpacken. Hup. Und. Hup. Was ist das für ein Ding? Habt ihr es gesehen gerade? Der Turm, der gerade war. Der wäre ja weird. So, ein richtig, richtig hoher Turm aus. Weiß ich nicht. Irgendem Material, den ich kenne. Okay, wir kommen erst mal, wo wir sind. Wir sind erstmal... Irgendwo im Nirgendwo anscheinend. Da oben ist... Ich gar nicht. Das hier? Das ist... Nee, der war zum Block. Okay, den kenne ich ja schon. Okay, wir sind hier unten also. Da können wir nach oben laufen. Das ist ja eine Idee. Man muss sagen, wie man kenne sich hier unten... Das hier unten ein Portal ist. Man muss sich markieren für mich. Was ist das da? Ein Großgeschick. Oh. Was? 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 Was ist das? Was ist das? Was ist das?